Hallo zusammen, ich möchte euch ein neues Produkt vorstellen, was jetzt bald in den Shop kommt, bei Crabwear und Pummel Einhorn. Und zwar geht es um Popsockets. Kennt wahrscheinlich noch keiner, ist auch ganz frisch aus den USA, quasi nach Deutschland geschwappt. Und ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, was das ist. Ein Popsocket ist ein kleiner Handy-Stöppel, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und zwar ist hier hinten eine haftende Silikonfläche, die man einfach an sein Handy patscht. Ich mache das jetzt einfach mal da hin. Die Fläche, wo der Popsocket drauf kommt, sollte Hartplastik sein oder das Handy selbst. Weiche Silikonflächen, oder so ähnlich. Oder Leder wird zum Beispiel nicht so gut funktionieren. Deswegen lieber so. Jetzt habe ich das da drauf geklebt und keiner weiß, wofür das ist. Das zeige ich euch jetzt. Ihr könnt den Popsocket einfach hier jetzt rausziehen. Immer schön hier unten am Akkordeon rausziehen, nicht hier oben, da ihr sonst die Platte vielleicht abmachen könntet. Wenn es rausgezogen ist, ist es super praktisch, um euer Handy besser festzuhalten. Ich zum Beispiel spiele super gerne abends noch, bevor ich schlafen gehe, irgendein Handy spiele und halte das Handy dann oft kopfüber, über mein Gesicht. Und wir kennen das doch alle, wenn das Handy dann einem in die Fresse klatscht. Das passiert auf jeden Fall hiermit nicht mehr. Ich muss sagen, ich habe dieses Ding jetzt seit zwei, drei Wochen und ich will es gar nicht mehr missen, weil es ist einfach super praktisch. Einerseits ist es wie gesagt hier zum besser festhalten eines Handys. Dann, wenn ihr zum Beispiel so wie ich gerne Serien guckt, könnt ihr das Handy auch ganz einfach auf den Tisch stellen. Wenn ihr das hochkant lieber hinstellen wollt, dann zum Beispiel einfach hier unten positionieren. Zack. Und dann könnt ihr das Handy so hinstellen. Ganz wie ihr wollt. Oder zum Musik hören oder was auch immer. Wie gesagt, ich habe es lieber hier oben. Einfach nochmal festdrücken. Und wenn ihr es nicht mehr braucht, einfach zusammenklappen und gut ist. Richtig cool. Natürlich für die ganzen Selfies, Snapchat und so weiter. Verrückte ist das natürlich auch mega geil, wenn man das Handy weiter weg hält und ein Selfie machen will. Ja. Oder, achso genau, was ihr auch noch machen könnt, wenn ihr zwei Stück habt. Eins hier oben und eins hier unten zum Beispiel. Und dann könnt ihr eure Kopfhörer hier einmal ringsrum drumrum tütteln. Oder auch nur an dem. Das gibt natürlich da auch. Ja. So weit, so gut. Das sind Popsockets. Und bei Crabware werden demnächst ein paar Motive bei Popsockets selber verfügbar sein. Ich werde euch darüber informieren. Und bei Pummeleinhorn wird es jetzt auch noch, ich sag mal, ein, zwei, maximal drei Wochen dauern. Dann wird es diesen Popsocket geben, also dieses Motiv. Allerdings mit einem schwarzen Akkordeon und einer schwarzen Bass. Und das Welche-Kekse-Motiv wird auch noch kommen. In lila mit einem schwarzen Akkordeon und einer lila.